Ich hab dir eigentlich vertraut und dann ist mir so eingefallen so warte Nein, das ist ja der Grandel Bart Nein, warte, warte Grandel Bart vertrauen Mucka hat wieder sein Buch aufgeschlagen Ja Quisix, Mann Ich dachte wir wären Freunde Ich wollte schon meinen Sohn Quisix nennen Das wird nix mehr Aber mit K, ne, nicht mit Q Weißt du, die Detectives, ihr den darfst heutzutage nicht vertrauen Ich hab doch gar nicht auf dich geschossen So, ich bin Detective, mir vertraut man hoffentlich trotzdem Ach, du bist trotzdem den Traitor Ich wusste ja, dass es Perry war, aber Ich bin Detective Ich wusste nicht, wo der war, weil er hat auf mich geschossen Na, wo der was machst du? Komm mal hier, Traitor Kannst du fliegen? Was bringt der DNA-Scanner? Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yeah Letzte Worte Heilige Scheiße LoL Was war das? Wer lebt jetzt noch? Ich hab das ganze Haus in die Luft gejagt Drei oder vier Leute sind drauf gegangen Warte mal, drei Einmal, dass ich zehn Sekunden spielen durfte Oh ne, jetzt muss ich Das war nebenbei der Traitor-Knopf Zwei Traitor-Kämpfe Ihr müsst mal im Zuschauer Ihr müsst mal im Zuschauer-Modus Das Haus angucken, wie das einfach komplett weg ist aus der Map Kannst du nicht mal, du lachst schon wieder Nein, ich lach doch gar nicht Ne, schon so ein Grinsen im Mund so Hey, Tudu Tudu Wo bist du? Bist du tot? Ja Ja Oder war's nicht, du Oder lebt noch Kevin Ja 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 Scheiße Anyone in Cherno? Peril zeigt dich Hab ich im TS irgendwie nicht, Muten-Mucker Ähm Musst du, musst du, musst du Hast du keine Tasse dafür, oder? Ja doch, aber die funktioniert komischerweise nicht Okay Keine Ahnung Egal, kein Ding Hallo? Hallo? Hört mich hier jemand Musst du manuell machen, dann bestimmt Ja Peril, jetzt zeig dich doch Ähm Wer hört uns denn jetzt, wenn wir hier reden? Alle die Zuschausen Also alle die Toten Ja Ah, sehr gut Also du kannst jetzt Quizzix beleidigen, wie du willst Verstehst du auch nicht Oder den Kevin Kevin, du ekelhafte, schmierige, dicke, fette Schwingtitte Boah, hab mir nen Headshot verpasst, Mann Bums Ey, wo warst du Peril? Ah ja, du bist nur dann gefallen Ne, ich bin nicht runtergefallen, du hast nen Headshot verpasst Ne, ich mein Perry Äh, wer war denn jetzt Traitor? Warst du Traitor für dich? Kevin, Kevin, Kevin Warum schießt ihr auf mich? Ich war in und Wooka, warum hast du anfangen das scheiß Haus in die Luft gejagt? Ja Ich wollte euch zeigen, wie mäßig ich bin Ja, super Seht ihr das? Oh, scheiße Der will meine Spielzeit einfach auf einen Minimalzister reduzieren Das ging auch schnell Das war random, ne? Das war nicht random, es waren zwei Leute und ich dachte, du wärst das Erstmal ein paar Schüsse auf mich kam Ja, es kam Schüsse auf mich von deiner Richtung Aber ich hab nicht auf dich geschossen Ich vertraue hier gar keinem mehr, Alter Ist noch nicht Der Mooka rennt schon wieder mit Fässern rum, das ist nicht gut Ja, der Quisic stört die Brücken Was halten die alles für Karnevalen, ey? Ich bin Detektiv, ich bin Detektiv Ich dachte, Mooka steht noch drauf Aber leider nicht Oh, da schießt jemand Man, diese Map ist scheiße Da oben ist einer, da oben, da oben, da oben Ich muss mir den ganzen Tag Weg suchen, Alter Ständig Oh, hier ist ein Sniper dahinten Perry ist ein Sniper, okay Oh, jemand hat hier gerade gesnipert? Brauch mal ne Waffe, Mann Grandel, lebst du noch? Ja Ich werde dabei angeschossen Du bist Detektiv Ja Tu das Traitor Wieso? Ich mach gar nichts Ich lauf euch allen hinterher, Mensch Mensch Mooka ist hinter mir Er läuft allen hinterher als Traitor Was ist da runtergefallen? Ich geh halt wieder zurück Jemand ist gerade irgendwo runtergefallen Hier ist Kevin.de Mooka, Mooka wirft Granaten Da ist Mooka Mooka, Mooka ist es Nein Wann der Diskambulator Nein, ich geh nicht mit Mooka hier in den Raum Mooka ist es Mooka ist es Ich geh hier bestimmt nicht mit Mooka in den Raum Mooka ist es Mooka ist es, guck dir mal Mooka an Mooka ist es, guck dir mal Mooka an Okay Ich bin bei Tudu Jaja Oh, oh, was war das? Hier explodiert was, hier explodiert was Mooka Man kann nicht erkennen wer er ist Mooka ist es Jemand ist gestorben Mooka war es Mooka ist tot Ich bin nicht Mooka Ich bin nicht Mooka Naja, war es auf jeden Fall gut Er ist weg Mooka ist innocent Mooka war innocent Mooka war innocent Harry Mein Gott Nein Hahahaha 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 Ganz seelruhig kann ich ihn töten Hahahaha Kevin Kevin hat geschossen Was? Kevin hat Ich bin es nicht Rantel Ich bin es nicht Küsik ist es Nein Warum schießt du Kevin? Warum schießt du? Weil ich es nicht bin Hahahaha Was? Das macht Sinn Das ist äh Irgendjemand hat mit einer Crossbow geschossen Komm da runter Aus welche Richtung Küsik Aua Das ist auf jeden Fall Aua Wer schießt auf mich? Wow So mein Freund Schluss mit lustig Moment mal Warum Hä? Warum schießt du mich? Wieso geht das Spiel nicht zu Ende? Wer lebt noch? Zwei Trader sind doch tot Kevin lebt noch Moment mal Und Kevin lebt Was heißt das Gantelbach? Hahahaha Aber ich hab dich doch angeschossen mit dieser Golden Scheißgun Das war wahrscheinlich diese One-Hit-Killwaffe Auaaaaaaaa Hahahaha Wer lebt noch? Du, Perry Hä? Gott Ja aber Wer noch? Kevin Wieso schießt du Kevin? Wieso schießt du wenn du Wo sitzt hier? Der Quill 6 ne Der versteht das nicht Dass der Trader die ganze Zeit unter dem ist Kevin Ja, der checkt es nicht. Pass auf, der Sir Perry sagt ihm jetzt, dass der Kevin das ist und der wird ihm glauben. Hä, was seid ihr? Also ich bin's nicht. Ach da, hallo. Ich bin's nicht. Ja, würd ich auch sagen. Du hast vollkommen recht. Schon als Zweiter würde man das sagen. Perry ist es. Merkst aber viel. Easy. Du kommst nur durch den Glitch hoch. Nur Hacker, Camper und Glitcher hier, ey. Müsst ihr euch merken, immer wenn Man-Hacks kommen, also diese Viecher hier, dann ist es Perry. Nein. Also ich weiß auf jeden Fall dann, dass es To-Do Kevin und ich nicht sind, weil wir nicht wissen wie das geht. Ihr könnt ja im Traitor-Menü einfach mal alle Sachen durchtesten. Ich hab eigentlich, glaub ich, noch gar nichts gekauft, ne, als Traitor. Alter, ich hab 16 HP. Du, da hast schon deutliche Vorteile mit so. Nee. Zumindest... What the fuck? Ich hab über die Konsole Kill gemacht, aber ich spawn nicht nochmal neu. Doch, gleich. Du spawnst bei Null, okay. Immer noch Preparing. Preparing. Innocent. Innocent. 16 HP. Zum Traitor. Darum hab ich respawned, Kevin, weil ich hatte ja auch nur 16 HP. Ich bin auch irgendwo runtergefallen. Zum Traitor. Erstmal alle Sprengfässer kaputt machen. Hüpf. Piu. 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 Hey du. Ah, ich hab durch das Start. Tudu ist es, Tudu ist es. Warum? Nur so. Ich bin ganz allein mit Death. Holy Shit. Was geht da unten ab? Wer hat geschossen? Du hast geschossen. Ja, auf das Fass hier. Das Fass ist es. Ja, das Fass ist es. Wer rennt da mit einem Schild rum? Wer hat das Schild hier? Das sind bestimmt Cheats. Das sind Cheats. Nein, das kann ein Detective kaufen. Detective Traitor, ja? Aber soll ich euch mal einen Trick zeigen? Nein, ich will nichts mehr von dir sehen und hören. Ich zeig euch, wie Kevin fliehen kann. Nein, nein. Ich nicht. Wie machst du das, dass das sofort explodiert? Länger in der Hand halten. Ah. Geht weg von mir. Ja, geh. Du bist Detective, du musst uns schützen. Du musst uns wirklich beschützen. Weg mal Detective, ich muss mich schützen. Der Kevin ist verletzt. Der sucht die Distanz. Der ist verletzt, der Kevin. Der ist es wirklich. Ja, Muka hat mich dahinter geschossen. Hallo. Kevin, muss es sein. Batsch. Quisic snipers wieder. Au, Quisic. Wie immer. Bleib beim Detective. Bleibt das alles das Schiff? Wo ist der Detective hin? Ich hab Angst, wenn ich sterbe, ist es Kevin. Wenn ich sterbe, ist es Kevin. Wo seid ihr denn? Ey, wird alles da durchgeblockt. Ich alleine, Mann. Wir gehen alle zu... Hier. Wir? Zu Quisics. Kein Leben. Mann, jetzt... Wenn ich sterbe, ist es Kevin. Wenn ich sterbe, ist es Kevin. Bam bam. Ich hab mich verlaufen, Alter. Ey, diese Map ist scheiße. Ohne Scheiße. Ich such die ganze Zeit immer nur Wege. Die Map ist mega klein. Wenn ich sterbe, ist es Kevin. Wenn ich sterbe, ist es Kevin. Der ist Krantelbart, Mann. Wenn ich sterbe, liegt es daran, dass ich nicht irgendwo rumlaufen konnte. Es stimmt da was nicht da drin. Kevin? Peri war im Menü. Ist der Peri war im Menü? Kevin, was machst du hier, Kevin? Ja. Der ist gerade einfach so stumpf gelaufen, ohne sich zu bewegen. Kevin? Ja, aber ich... Ja, ja. Bleib mal hier drin. Genau, ich bleib mal hier drin. Wow! Wow! Ah, du bist ja immer noch... Kevin ist es! Kevin ist es! Kevin ist es! Kevin ist es! Kevin! Ich hab ihn getötet. Kevin war der erste Traitor. Ich bin der Traitor. Ich flanzier den. Ja, warte. Sofort. Na, nicht sofort. Jetzt. Ja, ich geh hin. Bevor du die anderen abschießt. Ja, er ist Traitor. Da. Ok. Ok. Granthel Bart ist safe. Dann ist es Quilzix oder Tudel. Ich bin's nicht, sonst hätte ich schon jemanden umgebracht. Na, du bist es. Einer von euch beiden ist es. Damit du ganz wenig töten musst. Dann geh ich jetzt zum Detektiv. Nein, geh weg von mir. Ich geh ohne Waffe. Warte, ich dropp meine Waffe, ok? Ok, dropp die. Warte. Ok, ist weg. Dropp die nächste Waffe auch. Moment. Ist weg. Noch eine Waffe droppen. Was denn? Ich hab hier nur noch Granaten. Prober. Ok, Quilzix ist es. Ach, schluss! Ach, schluss! Uua, du Sau! Sequilzix, diesen verdammten Bastard! Ich hab hier gut gemacht. Dieser Fichser! Ach, Mann, ey! Hab dich weggesnipert, als ich identifizieren war! Habt ihr das schon gesehen? Boom! Wir sind absolute Profis, Dudo! Wir sind absolut super! Ohne Scheiße! Ich bin so stinkesauer! Das ist so! Weil du einfach keine Chance hast! Weil dir die Erfahrung fehlt! Ja! Na, guck mal! Aber wenn ich sage, dass das zu 100% einer von euch das ist! Weißt du? Weil Gantelbart hat einen getötet! Und ihr seid nur noch zu zweit übrig! Wenn du das nicht bist, dann weißt du ja wer der andere ist! Dann würde ich den erschießen! Ja, ja! Aber es fehlen trotzdem so! Die kleinen Details, die zwischen Gu, die zwischen Profi und Noob, da unterscheiden, die fehlen uns einfach! Ja! Kommt mit der Zeit! Eine Stunde, dann seid ihr die übelsten Pro-Gamer! DSL hat schon angefragt, so nach euch! Tantelbart ist direkt vor mir! Ja, Kevin! Kevin, wenn ich jetzt sterbe, ist es Kevin! C! Was gibt's hier noch alles? Werf jetzt hier eine Granate hin, ne? Die wegschleudert! Das darf man ja so machen, aus Trolling-Gründen! Holy Shit! Ich hab mich verlaufen! Echt? Ja! Du warst doch Detektiv, oder? Ist da jemand da, wo's brennt? Kevin, was machst du hier? Ich mach das nicht! Wer wirft hier auf uns! Wer wirft die ganze Zeit Granate auf uns, Mann! Der in dem Haus hier! Der in dem Haus hier! Tötet ihn! Tötet ihn! Tötet ihn! Tötet Perry! Weil er es ist! Er ist es! Ich werde beschossen! Kevin war's! Mooka! Mooka ist es! Mooka ist es! Mooka ist es! 100%! Mooka! Ah! Oh mein Gott! Mooka ist es! Der hat mir die Luft gesprengt! Mooka! Okay, wer war's jetzt? Ich! Bastard! Ich hab von oben auf dich geschossen! Ich hab gar nicht auf dich geschossen! Was nehmen wir jetzt? Ähm... Welches noch? Gut! Yo Leute! Ich hoffe das Video hat euch gefallen! Wenn ja, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da! Oder kommentiert das Video! Hier oben habt ihr jetzt nochmal ein DayZ Video! Und unten den letzten TTT Part! Haut raus!